Ich bin Pirat. Einer unter vielen Piraten. Wir haben uns für dieses Jahr unglaublich viel vorgenommen, obwohl eigentlich nur eines. Wir wollen das politische System, die Demokratie und damit diese Welt positiv verändern. Dazu müssen wir in den Landtag und wir müssen in den Bundestag. Und wir sind bereit dafür, bis auf eines. Leider brauchen wir Geld. Sehr viel Geld. Mindestens eine Million Euro. Eine Eins mit sechs Nullen. Dafür haben wir Pirate Starter ins Leben gerufen. Unsere Spendenplattform für den Wahlkampf. Sie baut auf Crowdfunding. Dem neuen Tool für Zusammenarbeit und für das gemeinsame Finanzieren. Ich bin Pirate Starter, weil sich die Welt nicht von alleine verändert. Schließ dich an und sei auch du ein Pirate Starter. Werde Teil von etwas Großem und Einzigartigen. Ich bin Pirate Starter, weil die Piratenpartei die einzige Hoffnung ist, endlich wieder Ehrlichkeit und Bürgernähe in die Politik zu bekommen. Aber bringt das überhaupt etwas? Ja. Denn nur dadurch, dass es uns gibt, haben wir schon viel erreicht. Und wenn wir in den Parlamenten sitzen, erreichen wir noch mehr. Piraten wirken bereits durch die nackte Anwesenheit in Sachen Transparenz und gegen verdeckten Klünger. Wir haben bereits vier Parlamente geändert. Wir haben unsere Themen gesetzt. Seit es uns gibt, spricht jeder von Transparenz, Netzpolitik, Basisdemokratie, Urheberrecht, bedingungslosen Grundeinkommen, Geschlechterpolitik, Neustart in allen Politikfeldern. Wir wollen gesellschaftliche Teilhabe für alle und ein faires Miteinander statt Egoismus und Ausgrenzung. Wir setzen dabei auf unser positives Menschenbild von Teilhabe, Freiheit und dem Wandel zur Wissensgesellschaft von morgen. Übrigens dort, wo wir in den Parlamenten sitzen, wirken Piraten in Sachen Transparenz, wie zum Beispiel in Sachen Berliner Flughafen. Und wir sind sehr viele. Wir sind längst eine weltweite Bewegung geworden. Ich bin Piraten-Tartar, weil wir alle Piraten sind. Schaffen wir es in dem Bayerischen Landtag, sind wir auch ziemlich sicher im Bundestag. Doch dafür brauchen wir mindestens eine Million Euro. Was machen wir mit dem Geld? Wir werden so transparent und effektiv, aber auch kostensparend einen großartigen Wahlkampf hinlegen. Wir werden Plakate drucken, die Innenstädte beflyern, Radio- und Fernsehwerbung machen, Videospots produzieren und viele virale Aktionen starten. Vor allem aber werden wir mit unseren Themen punkten. Und deshalb brauchen wir dich. Denn nur gemeinsam sind wir stark und können die chancengleiche, basisdemokratische und solidarische Gesellschaft wahr werden lassen. Für jeden Einzelnen. Ich bin Pirate-Starter, weil ohne Geld wenig geht. Auch kein Wahlkampf. Sei ein Teil davon. Werde auch du ein Pirate-Starter. Ich bin Pirate-Starter, weil ich den Wandel in der Politik auch mit meinem Euro unterstützen möchte. Ich bin Pirate-Starter, weil Bürgerlechte mir das Geld wert sind. Ich bin Pirate-Starter, weil ich mehr gesunde Politik haben will. Ich bin Pirate-Starter, weil wir mitten in einer digitalen Revolution sind und die Piratenpartei die Antwort dafür ist. Ich bin Pirate-Starter, weil ich finde, dass jede Form der Familie zählt. Ich bin Pirate-Starter, weil wir der Arzt sind, der Divisionen sammelt. Ich bin Pirate-Starter, weil Freiheit keine Randnotiz ist. Ich bin Pirate-Starter, weil ich möchte, dass Menschen sich in unserer Gesellschaft unabhängig von vorgeschriebenen Rollen entfalten können. Ich bin Pirate-Starter, weil ich möchte, dass meine Kinder in einer besseren Welt leben. Ich bin Pirate-Starter, weil Laptop und Widerhosen noch keine digitale Revolution machen. Ich bin Pirate-Starter, weil ich mit der momentanen Politik nicht zufrieden bin und ich denke, dass die Piraten es schaffen können. Ich bin Pirate-Starter, weil ich viel Kleinkriee macht, auch nicht. Ich bin Pirate-Starter, weil ich es kann. Ich bin Pirate-Starter, weil auch meine Enkel noch freie Bildung haben sollen. Ich bin Pirate-Starter, weil die Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft nur bei den Piraten geboren werden. Ich bin Pirate-Starter... Ich bin Pirate-Starter... Nochmal? Ich bin Pirate-Starter... No. Weil... Entschuldigung. Weil sich in dem Land endlich was ändern muss. Weil das Internet die realere Welt ist. Damit die Piraten mit dem Bürger Politik machen können. Ich bin Pirate-Starter, weil Piraten schon immer den coolsten Wahlkampf machen. Ich bin Pirate-Starter, weil die sind jung und brauchen das Geld. Ich bin Pirate-Starter, weil Politik viel, viel bunter werden muss. Ich bin Pirate-Starter, da ich mit meinen Themen die Piratenpartei aktiv mitgestalten kann. Ich bin Pirate-Starter, weil ich den Piraten mal so richtig Gewicht verleihen will. Ich bin Pirate-Starter, weil die Menschen eine neue Politik brauchen. Ich bin Pirate-Starter, weil es Zeit wird, dass sich was ändert. Und wo ist die Münze? Wo hast du die Münze? Sie wollen nicht! Ich bin Pirate-Starter, weil die anderen Parteien mir auf den Sack gehen. Ich bin Pirate-Starter, weil die Piraten die einzige Partei sind, die für die Zukunft bittet. Ich bin Pirate-Starter, weil es Zeit wird, die Politik zu verändern. Ich bin Pirate-Starter, weil was anderes kommt mir eigentlich in die Tüte. Ich bin Pirate-Starter, weil auch die jungen Menschen eine Chance brauchen, mitzumachen. Ich bin Pirate-Starter, weil jeder Mensch ein Grundrecht auf Privatsphäre hat. Ich bin Pirate-Starter, weil ich eine Zukunft für Deutschland glaube. Ich bin Pirate-Starter, weil es wieder mehr Politik im Sinne der Bürger gemacht wird. Ich bin Pirate-Starter, weil mir die Freiheit und eigene Entfaltung unserer nachfolgenden Generation genauso wichtig ist wie meine eigene. Ich bin Pirate-Starter. Bevor es die GZ bekommt. Wir sind Pirate-Starter! Wir sind Piraten! Wir sind Piraten! Wir sind Pirate-Starter! Vielen Dank.